Mit der Henley Library App können Sie Ihr eigenes Spiel oder das Ihrer Schüler akustisch kontrollieren, Play-Along-Stücke aufnehmen und einen Ausschnitt in Endlosschleife abspielen, um zu üben. Fertigen Sie eigene Tonaufnahmen an und versenden Sie diese, das ist ein ideales Tool für den Unterricht und zur Selbstkontrolle. Vor allem im Musikunterricht mit Schülern und Studenten, aber auch zum Selbststudium, lässt sich diese professionelle Aufnahme- und Abspielfunktion wertvoll und zielführend einsetzen. Nehmen Sie beispielsweise beim Klavierspiel nur die Musik der linken Hand auf. Im Anschluss können Sie dann den Part der rechten Hand dazu als eigenes Play-Along üben, während die iPad App in beliebigem Tempo Ihre Aufnahme in einer Übungsdauerschleife oder Loop abspielt. Oder Sie spielen die Klavierbegleitung eines Stücks beispielsweise für Ihren Flötenschüler ein, eine persönliche Minus-One-Play-Along-Fassung. Er kann dann im Unterricht oder zu Hause die Solostimme dazu üben, mit viel mehr Freude und Nutzen. Ich zeige Ihnen gerne, wie Sie diese Features nutzen können. Sobald Sie sich auf einer beliebigen Notenseite der App befinden, sehen Sie im unteren linken Rand, rechts neben dem Metronom, das Mikrofon-Symbol. Tippen Sie kurz darauf, um die Aufnahme- und Abspielfunktion zu öffnen. Um eine neue Aufnahme zu starten, tippen Sie auf das Feld Neue Aufnahme beginnen. Es öffnet sich ein Fenster. Geben Sie einen noch nicht verwendeten Titel- bzw. Dateinamen ein. Dann auf Start tippen und die Aufnahme beginnt. Und unten links erkennen Sie die laufende Aufnahme. Aufnahme an dem blinkenden Mikrofon-Symbol. Sobald Sie auf dieses blinkende Feld tippen, stoppt die Aufnahme. Die neue Aufnahme wird in der Liste der bestehenden Aufnahmen angezeigt. Die Dauer Ihrer Aufnahme wird rechts neben dem vergebenen Titel angezeigt. 36 Sekunden. Wenn Sie auf das Mikrofon-Zeichen tippen, finden Sie sämtliche von Ihnen abgespeicherten Aufnahmen zu dem Stück. Tippen Sie auf den Play-Button neben jeder Aufnahme, um sie zu hören. Sie können Ihre Aufnahme in fünf unterschiedlichen Geschwindigkeiten abspielen. Rechts daneben finden Sie das Symbol für die Loop-Funktion. Sobald Sie darauf tippen, wird Ihre Aufnahme in endloser Schleife abgespielt. Sobald Sie wieder auf das selbe Zeichen tippen, stoppt die Wiedergabe. Sämtliche von Ihnen mit der Handy-Library-App aufgenommenen und abgespeicherten Dateien, unabhängig von der aktuell ausgewählten Notenseite, finden Sie unter alle Aufnahmen oberhalb des rot markierten Aufnahmekopfs. Tippen Sie auf die Zeile und es öffnet sich Ihre entsprechende Aufnahme-Bibliothek. Jede Aufnahme ist dem entsprechenden Titel zugeordnet, auf dessen Basis Sie Ihre Aufnahme vorgenommen und abgespeichert hatten. Unterhalb des Titels finden Sie Ihre Titelnamen, rechts davon die entsprechende Dauer der Aufnahme. Mit einem Tippen auf den Play-Button startet die Aufnahme. Die Wiedergabe-Lautstärke, das Tempo der Aufnahme sowie die Loop-Funktion können Sie am unteren Bildrand einstellen. Gehen wir zurück zum Notendext. Sie können Ihre Aufnahmen separat löschen, indem Sie das grau unterlegte Feld mit dem zu löschenden Dateinamen rasch nach links ziehen. Ziehen Sie das Feld langsam nach links, so erscheinen die Tippfelder umbenennen und rot markiert löschen. Bei Tippen auf das rot markierte Feld löschen Sie Ihre Aufnahme dauerhaft. Das Umbenennen von Audiodateien funktioniert genauso. Benennen wir unsere Aufnahme um. Löschen und umbenennen können Sie Ihre Audioaufnahmen auch innerhalb von allen Aufnahmen in derselben Weise wie innerhalb der zum Notendext gehörenden Aufnahmen. Alle Aufnahmen. Und hier haben Sie die gleichen Funktionen. Umbenennen und löschen. Sie können Ihre sämtlichen Aufnahmen separat per E-Mail-Anhang verschicken. Tippen Sie auf das Versenden-Symbol. Es öffnet sich nun eine Auswahl der kompatiblen Apps und Funktionen. Mit der Aufnahme-Funktion können Sie Ihrem Spiel genau zuhören und es ständig verbessern. Teilen Sie Ihre Einspielungen mit Ihren Freunden, Kollegen oder Schülern. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Spielen.